Max Conte Kalki, dafür haben wir keine Zeit. Max ist perfekt geeignet. Vertrau mir. Wir müssen jetzt sofort zur Zugführerkabine. Dort ist Star Train. Dann müssen wir gleichzeitig handeln. Wenn Cat Noir und ich unsere Superkräfte einsetzen, musst du den Zug zurück zur Erde teleportieren, Max. Damit ich meine Miraculous Ladybugs rufen und alles rückgängig machen kann. Verstanden. Sag einfach nur, Kalki, verwandle mich. Kalki, verwandle mich. Kalki, verwandle mich.